Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Grüß Gott miteinander. Mein Name ist Manfred Eibl und ich bin wirtschafts- und verkehrspolitischer Sprecher der Freien Wähler Landtagsfraktion. Als solcher wünsche ich mir, dass unsere Wirtschaft bald wieder so richtig brummt. Dass es für den Einzelhandel, für die Hotellerie und vor allem Gastronomie endlich tragfähige Öffnungsperspektiven gibt. Dass ihr alle wieder zu uns in den schönen Bayerwald kommen und unsere tolle Natur genießen könnt. Und dann sind da natürlich noch die privaten Wünsche. Ich stelle mir aktuell gerade vor, wie ich wieder an Geburtstagsfeiern und Familienfeiern im Kreise meiner Freunde oder auch Familienangehörigen teilnehmen kann. Der Besuch von Sport- und Musikveranstaltungen oder Allgemeinkultur, dort wieder teilzunehmen, wäre für mich ein Traum. Und das Allerschönste wäre es natürlich, wenn man wieder in unsere traditionellen Gaststätten gehen kann. Wenn wir weiterhin solidarisch sind, wird Corona bald Geschichte sein. Und so bitte ich Sie, hier tatkräftig mitzuwirken, wünsche Ihnen viel Gesundheit und alles erdenklich Gute für die Zukunft.